Bitte erlauben Sie, dass ich mich vorstelle, ich bin der Teufel. Ja, das hätten Sie nicht gedacht, ich weiß, sagen viele. Ich sehe eher wie ein Drache aus, habe ich auch schon oft gehört. Ich bin aber tatsächlich der Teufel. Es ist nur so, dass mir da letztens etwas Unangenehmes passiert ist. Da streiten so zwei Strolche auf der Straße miteinander und probieren Flüche, was das Zeug hält. Ich höre schon ganz eifrig zu und bin in Startposition, da fällt auch schon mein Stichwort. Geh zur Hölle! Schreit der eine Frechtax und zack, stehe ich vor ihnen, so ganz klassisch in Menschengestalt mit Pferdefuß und Hörnern. Da glotzen die mich doof an, so ganz unbeweglich, sicher zehn Sekunden und dann, dann brechen die einfach in Lachen aus. Tränen haben die gelacht, das können Sie sich gar nicht vorstellen, was das für eine Schande war. Schreit der eine Frechtax und Hörnern. Schreit der eine Frechtax und Hörnern. Tja, da habe ich mich dann ganz schnell verdrückt und bin sofort in unseren wunderbaren, höllischen Kostümfundus, um mir einen neuen Look zu holen. Und, was sagen Sie? Gut, oder? Auch dieses Stacheln, das macht schon was her, finde ich. Nächstes Jahrhundert muss ich mir aber wieder etwas Neues überlegen. Man kann ja auch nicht immer dasselbe tragen. Vielleicht ein Dinosaurier-Revival. Das ist ein Dinosaurier. Das ist ein Dinosaurier. Vielen Dank.